Herzlich willkommen an der Universität Ulm. Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen, hier zu promovieren oder Ihre wissenschaftliche Laufbahn fortzusetzen. Als Präsident der Universität versichere ich Ihnen, dass wir Sie in Ihrer wissenschaftlichen Karriere bestmöglich unterstützen werden. Als jüngste Universität Baden-Württembergs bietet die Universität Ulm ein umfangreiches Fächerangebot. Wir sind Motor und Mittelpunkt der Wissenschaftsstadt, einem dynamisch wachsenden Umfeld mit erstklassigen Forschungseinrichtungen, Kliniken und Technologieunternehmen. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten international anerkannte Spitzenforschung zu Themen, die der Gesellschaft zugutekommen. Ein zukunftsträchtiges, spezialisiertes Fächerangebot, hohe Ausbildungsqualität, Internationalität, Interdisziplinarität, innovative Forschung auf höchstem Niveau und ein persönliches Miteinander kennzeichnen, die Universität Ulm. Wir widmen uns globalen Herausforderungen der Zukunft und tragen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bereichen wie beispielsweise Alterung, nachhaltige Energiespeicher und Wandlung, Quantenforschung, Big Data und künstliche Intelligenz sowie unter anderem Traumawissenschaften bei. Unsere Forschungsstärke belegen die hohe Publikationsleistung, hohe Drittmitteleinnahmen und zahlreiche große Verbundprojekte wie Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und ein derzeit laufendes Exzellenzcluster. Die Nachwuchsakademie ProTrainU begleitet und betreut Sie rund um Ihre wissenschaftliche Karriere. ProTrainU bietet umfassende Beratung, Unterstützung bei der Karriereentwicklung und Anschubfinanzierungen für Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Auf unserer Website finden Sie wertvolle Informationen zur Promotion und zur Postdoc-Phase, eine Übersicht über mögliche Ansprechpersonen und ein umfangreiches Kursangebot. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind weltweit erfolgreich dank der exzellenten Ausbildung und Unterstützung, die Sie hier erfahren haben. Ich bin überzeugt, dass Sie mit der Universität Ulm eine starke Partnerin an Ihrer Seite haben, die Sie auf Ihrem Karriereweg hervorragend begleiten wird. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Karriereweg.